willkommen zu diesem neuen video bei meet and great wir schauen uns heute mal wieder ein tik tok video an wo jemand etwas zubereitet was angeblich toll sein soll zumindest sieht es lustig aus ob es nachher aber auch gut schmeckt das werden wir heute testen und sollte das ein reinfall werden dann zeige ich euch eine methode wie ihr mit eurem grill das ganze besser zubereiten könnt los geht's wir werden heute ein lustig eingeschnittenen schweinebauch frittieren und gucken wie knusprig der wird wie saftig das ganze ist ob sich das wirklich lohnt den zu frittieren und falls nicht was ich schon vermute weil das tik tok werden uns gleich mal ansehen da sind so ein paar auffälligkeiten wo ich merke da tricks der vielleicht so ein bisschen und das ergebnis ist vielleicht gar nicht so toll sieht vielleicht schön aus in einem tik tok video aber schmeckt vielleicht nicht sonderlich gut und da zeige ich euch ein rezept wie auf dem grill einen schweinebauch gerne auch genauso eingeschnitten super saftig und knusprig bekommt wie immer schauen wir uns zunächst das tik tok einmal gemeinsam an also wir sehen einen schweinebauch der wird eingeschnitten und zwar auf der einen seite quer auf der anderen seite links dann gesalzen ich glaube er nimmt auch nur salz alles andere würde wahrscheinlich bei dem fett auch verbrennen er frittiert das in einem topf irgendwo in nebraska oder wo auch immer dann schneidet er das und gibt es ein und bei dem video ist mir aufgefallen der schab da somit messer drüber man hört aber nichts man hört keinen crunch und vielleicht hat er da einfach so das aussehen lassen wollen als wäre das sehr knusprig und es ist es am ende gar nicht und deswegen nehme ich mir jetzt mal zwei stücke schweinebauch werde die genauso einschneiden den einen schweinebauch werden wir frittieren so wie er es gemacht hat und den anderen werden wir auf dem grill zubereiten und dann schweinenacken für die fritteuse haben wir jetzt einfach nur gesalzen von allen seiten alles an rub würde verbrennen deswegen wirklich hier auch nur salz verwenden bei dem stück was wir auf den grill packen da können wir die fleischseite mit einem leckeren barbecue rub einrabben und nur die schwarte mit salz bedecken auf die schwarte sollte kein rub drauf kommen der würde dort verbrennen weil wir wollen ja dass die richtig schön knusprig wird das restliche fleisch darf aber gerne geschmack abbekommen fangen wir jetzt aber so an wie es im video gezeigt wurde und zwar eingeschnitten gesalzen und dann ab ins heiße öl dann wollen wir ihn mal in die fritteuse sinken lassen ich packe den jetzt erstmal hier in diesen korb möglichst gerade dass er seine form behält und ab geht die tauchfahrt es spritzt ganz schön es hört sich auch so an als wird die schwarte poppen langsam fängt es auch an also könnte knusprig werden braucht aber auf jeden fall noch eine ganze weile das ist tatsächlich auch eine mordsgefährliche angelegenheit also das spritzt unglaublich stark viel mehr als anderes was man so grillt nicht zu vergleichen mit pommes oder chicken wings oder was auch immer und der schweinebauch an sich der ist jetzt von der kerntemperatur schon fertig über 80 grad celsius mehr braucht man wirklich nicht aber die schwarte sieht zwar ja nicht so schlecht aus ist nur überhaupt nicht knusprig wenn ich da mal drüber gehe ist das noch richtig labbrig und weich deswegen schaue ich mal ob ich das noch knuspriger hinbekomme wird wahrscheinlich dann ein bisschen trockener dafür mal gucken vielleicht finden kompromiss der schweinebauch ist fertig 85 bis 90 grad celsius viel zu hoch meines erachtens von der farbe her aber so wie im video sehr ähnlich zumindest und noch höher von der kerntemperatur dann hätte ich nachher hier wirklich nur noch staub trockenes fleisch gehabt das wollte ich nicht und die kruste hört sich zumindest jetzt so ein bisschen knusprig an hört man genau hin ja ich glaube man kann so ein bisschen hören wenn ich nicht rede natürlich und wenn ich mir jetzt ein stück abschneide aber da rein weiße dann vermute ich jetzt sehr stark dass sie gar keinen crunch hören werde moment so ein bisschen für ein hartes stück ist jetzt gerade dabei aber der rest ist doch eher so klebrig und bleibt in den zähnen hängen das ist keine schöne kruste erst mal das zeug wieder aus den zähnen rauskriegen also ist nicht nicht so angenehm ist sehr fertig sehr klebrig sehr ölig der eine oder andere schreibt jetzt schon ja was hast du erwartet du hast einen fertigen schweinebauch in öl frittiert genau das genau das ist es am ende aber auch ich kann es nicht empfehlen ehrlich nicht also ja klar geschmacklich ist das ein schweinebauch das ist eine gute fleischqualität ich verlinke euch mal unten woher eine gute fleischqualität bekommen könnt falls ihr kein metzger um die ecke habt das ist gut gesalzen wunderbar aber es ist ölig es ist fertig es ist klebrig nicht wirklich knusprig es hat so ein paar kleine knusprige stellen ja aber mehr auch nicht saftig ist jetzt nicht so wenig saftig aber ihr wisst selber schweinebauch richtig trocken zu bekommen dann hätte man ihn jetzt noch viel länger drin lassen müssen also der ist natürlich nicht trocken weil es einfach so eine fettige geschichte ist würde ich aber so nicht favorisieren auch wenn es recht schnell ging das ganze hat jetzt so zwölf bis 15 minuten gedauert damit muss man dann schon rechnen sonst wird es gar nicht knusprig aber ich habe euch ja noch eine methode versprochen die funktioniert besser und das verspreche ich euch wirklich dann machen wir jetzt das versprochene rezept am grill dazu braucht man die ikea konzis form mit rost ein bisschen wasser das wasser füllen wir hier in die form rein ungefähr ein liter das sollte ausreichen dann drehen wir die äußeren brenner auf eine stufe so dass wenn wir den deckel schließen wir eine deckeltemperatur von circa 160 bis 180 grad celsius anliegen haben bei diesem grill ist das ungefähr auf dreiviertel stufe kann sein dass das bei eurem grill die volle power ist oder auch nur die halbe stufe ist das wisst ihr besser als ich wenn unser grill jetzt vorgeheizt ist auf circa 160 grad dann kommt unser schweinebauch drauf ich habe den jetzt so eingeschnitten wie im video ich würde euch empfehlen wenn ihr das jetzt nicht so haben wollte dass das so lustig aussieht lasst den nicht so eingeschnitten entweder ihr macht die schwarte wirklich im ganzen oder ihr ritzt nur oben die schwarte ein dass ihr nachher besser durchschneiden könnt ich werde ihn natürlich aber jetzt so ähnlich machen wie wir das in dem video gesehen haben das heißt ich breite den jetzt hier aus legt ihn da drauf und da bleibt er jetzt für eine dreiviertel stunde liegen übrigens hatte ich eben schon erwähnt dass wir hier natürlich die fleischseite mit einem rub unserer wahl haben können das haben wir jetzt hier auch gemacht und dafür haben wir einen der raps genommen die wir zusammen mit euch entwickelt haben und wenn ihr dieses video hier seht könnte es sein dass die gewürze final schon auf dem markt sind schaut man die video beschreibung das ist wirklich ein absoluter geheimtipp noch geheim bestimmt bald nicht mehr die erste dreiviertel stunde ist jetzt um und jetzt drehen wir die brenner höher das bedeutet die äußeren brenner auf volle leistung damit wir am deckel hier beim grill 220 bis 250 grad celsius erreichen sollte euer grill das mit zwei brenner nicht schaffen dann dreht noch einen brenner in der mitte dazu unter der schale achtet aber darauf dass die flüssigkeit nicht verloren geht und dann 220 bis 250 grad am deckel und jetzt noch mal so 45 minuten ihr könnt zwischendurch mal nachgucken ich würde nach einer halben stunde schon mal schauen ob die schwarte aufgepoppt ist sobald die so aufgepoppt ist wie ihr das haben wollt könnt ihr den braten runternehmen die besten erfahrungen habe ich immer mit 45 minuten gemacht deswegen lasse ich das jetzt getrost 45 minuten hier auf dem grill und fertig ist der knusprige schweinebauch vom grill und ich kann euch sagen diese schwarte ist tausendmal knuspriger kein witz ich gehe mal mit messer drüber hört ihr den unterschied wir können es euch mal so im vergleich hier darstellen und dann nehme ich mir jetzt hier was von der schwarte und weiß mal rein hört ihr das wie aus einer pringels werbung und wenn man den vergleich jetzt hat muss man sagen klar fritteuse ist viel schneller aber das ergebnis vom grill ist viel besser und auch geschmacklich ist das ganze hier mit dem rub den wir in der fritteuse ja nicht benutzen können viel aromatischer falls ihr für euch die richtigen gewürze sucht schaut unten in die video beschreibung und wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben nicht vergessen schreibt mir netten kommentar was für tick tocks habt ihr so auf die wir mal reagieren sollen in dieser form was sollen wir mal testen was sollen wir mal überprüfen was sollen wir mal einem härtetest unterziehen oder versuchen besser zu machen und wenn ihr weitere videos nicht verpassen wollt dann lasst ein abo da wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin ciao